Was geht denn eigentlich mit Fabio Schäfer und dir? Ich habe hier mal ein Heft, das war dann häufig in so... Hi, ich bin es mal wieder und ein kleines Sorry für die Sendepause, die kreative Pause. Und jetzt geht es weiter mit Videos verschiedener Art, seid ganz gespannt. Nicht mehr mit Fahrtechnik, aber anderen sehr, sehr vielen spannenden Themen. Und ja, draußen regnet es, deswegen heute ein Indoor-Thema und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde. Was geht denn eigentlich mit Fabio Schäfer und dir? Also die Frage bekomme ich immer mal wieder per Private Message auf Instagram. Und woher kommt das? Weil in meinen Fahrtechnikbildern ist immer wieder als Fotograf Fabio Schäfer angegeben. Also ihr wisst ja, ich habe über die Jahre sehr viele Fahrtechnik-Fotoshootings und Videoshootings gehabt. Und natürlich muss ich da die korrekten Credits angeben, die Fotografen. Und weil da ein paar Shootings der Fabio gemacht hat, liest man das immer wieder. Und die Leute fragen, was ist denn da eigentlich los? Wie kommt das? Und ich wollte jetzt mal kurz die Geschichte erzählen, die dahinter steckt. Und ja, genau. Und das Ganze fing so an, manche von euch wissen das vielleicht, bevor ich auf diese Fahrtechnik-Geschichte kam, war ich schon seit 2001, 2002 Reporter. Also ich habe von Mountainbike-Events berichtet. Erstmal nur online und seit 2006 dann auch in Printmagazinen. Und im gleichen Printmagazin von damals, wo ich angefangen habe, war auch Fabio. Aber da hatten wir nichts miteinander zu tun. Und dann erst ein paar Jahre später hat er mich besucht. Damit habe ich in Bonn gewohnt und zwar für ein Interview. Zu der Zeit war ich Redakteur bei MTB News. Das kennt ihr bestimmt auch. Bekannt auch als IBC-Forum. Ja, gute Freunde von mir und liebe Grüße. Und genau. Und da habe ich immer Interviews gemacht mit Profifahrern, mit Machern hinter den Kulissen. Und zu der Zeit hat Fabio gerade ein Magazin gestartet, das ist die 26. Und ja, da haben wir Fotos gegenseitig gemacht und da kam der Kontakt. So kam es auch dazu, dass wir später mehr zusammengearbeitet haben. Und zwar hat er sein Magazin umgenannt von 26 zu Gravity Magazine. Und das kennt ihr ja sicher alle. Das hat er ja auch schon in den Zeiten, hat er noch gehabt, in denen er auch dann bekannter wurde über YouTube-Vlogs. Und da war es so, dass ich einerseits im Social Media gearbeitet habe. Also Facebook war zu der Zeit ziemlich groß und deswegen war es sehr wichtig. Und das musste halt auch, ja, da war ich mit im Team, im Social Media Team. Und ja, wir haben die Fahrtechnikartikel gemacht. Und ich habe hier immer ein Heft, das war dann häufig in so, ja, in so ausführlichen Magazinen. Das war immer so ein Jahresbeitrag, wo es um verschiedene Sachen ging. Und wo auch Fahrtechnik drin war. Hier und, ja, und Fabio hat ja primär das meiste irgendwie selber auch gemacht. Und deswegen, ich habe in Bonn gewohnt, das ist nicht weit weg von Koblenz. Deswegen hatten wir da unsere Shootings. Genau, und er hinter der Kamera, ich halt als Fahrtechnik-Trainer. Ja, und so war das. Und deswegen sind auf meinen Webseiten, wo ich die Fahrtechnik-Anleitungen habe, oder wenn ich woanders vielleicht veröffentlicht habe, immer wieder, ja, als Credit der Fotograf. Wie das dann, ja, so ist im Leben. Ich bin ins Hochsauerland gezogen, 2016. Also in dem Jahr hatten wir noch ein Shooting. Aber dann ist der Kontakt so ein bisschen verlaufen, weil jeder macht so sein Ding. Vor allen Dingen, wenn man dann Kinder bekommt, dann geht jeder seinen Weg. Und man kann gar nicht mit allen noch irgendwie groß Kontakt halten, mit denen man eine Zeit lang was gemacht hat. Deswegen ging das so auseinander, dass wir ja gar nicht jetzt groß noch in Kontakt sind. Und er ist ja auch nicht mehr so in der Bike-Welt so präsent. Genau, und das hat hoffentlich die Frage beantwortet. Jetzt noch generell, was geht ab, was meine Meinung jetzt selber, weil ich ja auch im sozialen Medien aktiv bin, zu Fabio Schäfer bezogen, auf, dass er ja nicht mehr in der Mountainbike-Szene aktiv ist, in der Branche, sondern halt, ich denke mal, das wissen alle, durch dieses Seven vs. Wild. Ich habe es ja richtig gesagt, das Format, der auch noch bekannter wurde. Das heißt, seinen Themen-Schwerpunkt auch in andere Outdoor-Themen und so weiter gebracht hat. Und das ist ja eine coole Sache generell. Ja, ich kann das gut verstehen, weil man will ja irgendwie auch mal sich weiterentwickeln, neue Sachen machen. Das geht mir auch so. Ja, und ich denke mal auch, dass es jetzt mittlerweile so viele verschiedene Mountainbike-YouTube- und Social-Media-Akteure gibt, dass es jetzt nicht irgendwie fehlt und dass man sagt, okay, ist natürlich schade. Aber ja, gerade wenn man Familie hat, dann kann man auch nicht mehr irgendwie überall sein und Sachen filmen. Also jetzt als Außenstehender würde ich sagen, absolut verständlich. Und genau. Aber jetzt das Abschlusswort dazu, was mir auffällt, weil ich ja selber seit fast fünf Jahren Papa geworden bin. Wenn ja so Leute wie, ob es jetzt Fabio Schäfer oder es könnten auch andere sein, ich will das von außen auch nicht beurteilen, weil ich ja nicht da drin stecke, aber oft erscheint das so einfach und perfekt, dass sie so beruflich die Leute viel aktiv sind, viel reisen, erfolgreich sind, mehrere Business-Geschäfte haben und Kinder haben. Und ganz wichtig, ihr wisst, man sollte eh nicht immer vergleichen, aber man neigt ja dann doch dazu, dass man vergleicht. Und ganz wichtig, das ist nicht die normale Realität und der Alltag, wenn man Kinder hat, dass man alles wie vorher, man ist nur unterwegs und managt alle Unternehmen und Business und ist dauernd irgendwo mal hier, mal da. Eigentlich ist es eher normal, dass sich quasi der Lebensmittelpunkt etwas verändert durch den Nachwuchs, weil jetzt dreht sich alles um das Kind. Und natürlich muss man das Kind auch versorgen, aber es ist ja auch nicht schön, wenn man jetzt als Papa oder Mama immer nur weg ist. Deswegen kennen die meisten, dass sich dann so durch das Kind einmal auf einmal viel verändert. Und nur die Leute, die entweder, zum Beispiel Profiathleten, ist dann häufig die Frau, also die Mutter, die dann beruflich kürzer tritt. Das ist so ein klassisches Modell, sage ich mal. Aber da kann ich verstehen, dass das nicht für alle passt. Und dass dann der Mann weiter Profiathlet sein kann und durch die Welt reist für die Events und Rennen und Contests. Und dann die Frau sich um Haushalt und Kind primär kümmert. Oder was es auch gibt, wie gesagt, das kann ich bei Fabio nicht einschätzen, wenn die Schwiegereltern viel aktiv sind, also die Großeltern. Dann ist natürlich auch, wenn man da viel Support hat, dann neben dem Kindergarten. Und manche Leute leisten sich auch eine Kinderbetreuung noch neben dem Kindergarten. Also eine Haushalts- und Kinderbetreuung zu Hause. Das kostet natürlich Geld. Aber das kann auch einem helfen, quasi wieder trotzdem beruflich viel zu machen. Für mich dann die Sache, ich will aber gern viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Und deswegen bin ich nicht mehr so am Reisen und nicht mehr so viel andauernd unterwegs, sondern habe meinen beruflichen Alltag angepasst. Ich arbeite ja bei einem Verlag. Und ja, das wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Also alle fühlt euch nicht schlecht. Vergleicht euch nicht mit den perfekten Instagram- und YouTube-Leuten, wo alles von außen so einfach aussieht. Ein Kind, er verändert den Schwerpunkt, es ist sehr anstrengend. Und ja, also zum Beispiel Schlaf und so ist auf einmal alles ein bisschen ein anderes Thema, wenn man ein Baby oder ein Kleinkind hat. Und genau, das wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Und ich wünsche Fabio alles Gute für seine weitere Reise und für seine weiteren Abenteuer. Und ihr wisst jetzt Bescheid. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich denke mal auch, die Mautenberg-YouTube-Welt wird immer wieder spannende Themen liefern, wo man mal drüber sprechen kann. Aber am liebsten ist mir, dass die Leute zu treffen. Wisst ihr ja, dass ich mit Leo Karst, Mark Diekmann, Sam Pilgrim und noch weiteren immer mal gefilmt habe. Oder ab und zu mal. Und hoffe natürlich dann, dass ich in Zukunft wieder mehr Leute treffen kann. Weil dann im Gespräch ist einfach schöner, Interviews, die Leute kennenzulernen. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr gerne mal ein Interview gerne hättet. Und vielleicht schaffe ich das ja auch, die Person dann zu gewinnen. Wenn sie mal in der Gegend ist. Und viele sind gerne mal im Hochsauerland, da wo ich wohne. Aufgrund diverser Bikeparks und Events und alles. Ja, sehr, sehr cool. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017